Hallo Bernhard, wie kommst du eigentlich mit deiner Kollegin Hella von Sinnen zurecht? Ich komme sehr gut mit ihr zurecht, sie ist eine sehr sehr nette Dame und wir haben keinerlei, also ich sage immer, Hella und ich haben, das Einzige, was wir beide gemeinsam haben, ist, dass wir auf Frauen stehen. Ansonsten haben wir so wenig Punkte, wo wir uns reiben, aber uns trotzdem füreinander interessieren und es ist einfach sehr lustig. Also wir haben keinerlei Problem, wir beschimpfen uns nicht, wir strecken uns nicht die Zunge raus und wir malen auch keine bösen Bilder voneinander.